Julius, wie sieht's aus? Ergibt es einen Jingle? Ah, das ist ja richtig auf Jingle-Länge gebaut sogar. Das hab ich episch versucht hinzubasteln. Wahnsinn, das ist cool, wenn es so am Ende so macht. Ja. Das ist, das ist, äh ... Nee, das war tatsächlich nur, das lag nur daran, dass ich im Gegensatz zu sonst nicht auf ... Nicht falsch gedrückt hab. Nicht auf Schallplatte anhalten, sondern Track anhalten gedrückt hab. Du bist besser. Ich hab kein ... Du hast dich verbessert. Ja, aber das liegt auch daran, dass wir das hier schon eine Weile machen. Es hat nur 44 Folgen gedauert. Ja, 44? Ja, Folge 44. Herzlich willkommen, Team totale Zerredung. Das ist Julius Fischer. Und das ist André Herrmann. Also ich. Ja. Also du. Ja. Ja. Ich bin auch nicht mehr komplett seit letzter Woche. André Herrmann ohne den vierten Zahn. Ohne den vierten weißer Zahn. Darf ich den eigentlich mal sehen? Ich hab den weggeworfen. Wirklich? Ja. Was? Warum? Weil, ähm ... Der hat den so angenockt. Also der hat den quasi so angebrochen. Das sah scheiße aus. Und dann schmeißt du ihn direkt weg, anstatt ... Na, der hat mir auch nicht ... Weißt du, bei den Alten, als wir die so richtig rausoperiert haben, das war geil, weil die ja noch unter der Haut waren. Die waren wirklich spiegelweiß. Also weiß. Spiegel sind nicht weiß. Spiegelweiß, ja, ja. Also Spiegeleiweiß, meinst du? Spiegelweiß. Mann, die waren halt so richtig schön wunderschön weiß und dann haben die halt die in so Formaldehyd eingelegt und mir in so einen kleinen ... Das heißt Formaldehyd. In so einer ... Nee, Formaldehyd. Nein, Formaldehyd. Meine Mutter ist Biologin, die hat mir mal einen Fisch mitgebracht, der in Formaldehyd eingelegt war. Und sie hat gesagt ... Nein, es heißt Formaldehyd. Okay, aber warum heißt es Formaldehyd und nicht Formaldehyd? Könnte ja auch sein. Es könnte auch Formaldehyd heißen. Nein, Formaldehyd wegen Formalstrafe. Verstehst du? Wir sind immer noch in Deutschland und das ist ein Land der Regeln. Warte mal, hier ist die Lautschrift. Kann ich nicht lesen. Kannst du, du kannst halt keine Lautschrift lesen. Doch, ich habe das gelernt. Ich habe ein Semester Germanistik studiert, da habe ich das gelernt. Ja, sicher nicht. Ich kann es nicht mehr. Doch, mit dem Doppelpunkt dahinter ist lang. Also, Hüt ist schon mal richtig. Und doch, Punkt. Nach dem M kommt ein Punkt. Formaldehyd. Formaldehyd. Punkt heißt zusammenziehen. Nein, gar nicht. Doch. Doch, immer. Ist ja auch beim Satzzeichen so, beim Punkt, dass man dann direkt zusammenzieht. Warte, 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 warte. Das finde ich jetzt noch live raus. André, lass dich doch bitte nicht veralbern. Natürlich heißt es Formaldehyd. Na, sehr gut. Oh, Mann, ey. Ich wollte nur ... Das ist echt lustig, dass du dann direkt das nicht auf die Wissen ... Nein, es ist so, ich war gestern bei einem Vortrag von Christian Fuchs, wo es darum ging, wie man mit Rechten redet. Und er hat gemeint, man muss die sokratische Methode anwenden, das heißt, den Fehlglauben der anderen anerkennen und sie durch Fragen dazu bringen, dass sie einsehen, dass es falsch ist. Deswegen frage ich von wegen, gucken wir doch mal nach. Und dann von wegen, was bedeutet denn der Punkt? Weißt du? Und dann, dass du quasi einsiehst, was geklappt hat. Das stimmt aber, du hast es aber noch nicht richtig angewendet. Nee, eben, ich bin ja auch noch ... Ich bin erst seit gestern so grad. Du hast mich nicht gefragt. Du hast einfach arrogant gesagt, ich weiß, wo es steht, ich gucke. Ja, Mann, ich bin ... Ich bin jetzt aggro. Ich fühle mich jetzt ... Ich bin erst seit gestern so grad. Ich fühle mich jetzt trotzdem für dumm verkauft und gehe später noch in ein Ausländerheim anzünden. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Es ist so. Vielen Dank. Das, das ... Du hast mich zum Nazi gemacht. Ja, das ist, weil die mir den Weisheitszahn gezogen haben. Siehste, ich bin auch dümmer geworden. Was ist denn los mit dir? Ich bin auch dümmer geworden. Das ist heute echt schlimm, André. Ich bin, ich bin mega fit, weil ich super früh aufgestanden bin und schon geschrieben habe und Sport gemacht habe. Also für meine Verhältnisse. Ich bin Fahrrad gefahren, aber immerhin zum See und war dann schwimmen und dann bin ich zu dir gefahren und du hast ... Was hast du gemacht? Mein Leben ist aus den Fugen, seit der Weisheitszahn weg ist. Ich habe mich darauf eingestellt. Du hättest ihn nicht wegschmeißen dürfen. Ich habe mich darauf eingestellt, eine Woche lang nur Suppe zu essen, schlank zu werden, drahtig, muskulös und nichts war. Und dann ist dir aufgefallen, du bist es alles schon? Dann habe ich ... Nein, aber es war ja wirklich nichts. Ich habe ja nichts gehabt. Auch nicht am allerersten Tag? Gar nichts. Du hast mir Sprachnachrichten geschickt und die waren schon ... Hast du dir die nochmal angehört im Nachhinein? Nein, habe ich nicht. Aber ... Soll ich die mal holen? Ja. Wollen wir die jetzt einfach mal live hören? Ich habe ... Erzähl. Es war schon unangenehm und es war auch natürlich dick und so. Und man konnte am Anfang nicht richtig reden. Und weißt du, durch die Erfahrung mit den anderen beiden Weißerzehn war ich so in meinem Trauma gefangen, dass ich dachte, das wird jetzt auch so. Aber ich war einfach bei einem absoluten Profi. Der hat den rausgenommen. Das hat fünf Minuten gedauert, wenn überhaupt. Und danach habe ich nochmal zur Sicherheit eine Schmerztablette genommen. Aber es war einfach nichts. Ich habe versucht zu schlafen. Dann habe ich irgendwas im Fernsehen geguckt, was mich aufgeregt hat. Dann konnte ich nicht schlafen. Und dann habe ich gedacht, okay ... Auch was wieder zu gruselig für einen kleinen Antrieb. Okay, dann werde ich mich jetzt darauf einstellen, bald Schmerzen zu haben. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Wir hören mal rein. Ja. Also so lang war er jetzt nicht, der Zahn. Aber er ist halt übelst geknürzt. Siehste? Ach, nee, ey. Jetzt habe ich irgendwie diesen Fropf im Mund gehabt, um zu sprechen. Da habe ich das Gefühl, mein ganzes Auge hängt oder so. Eigentlich ist es nicht so weit, bis nach Hause. Siehste? So war es nämlich. Dieser Fropf. Das war das Problem, dass der halt da so einen Fropf reingedrückt hat. Und dann gesagt hat, von wegen, beißen sie mal richtig zu. Aber wie willst du denn richtig zubeißen, wenn du gar kein Gefühl mehr hast? Und ich habe immer die Diskrepanz gehabt, von wegen, beiße ich jetzt so doll zu? Drücke ich den Fropf jetzt einfach richtig in meinen Kopf hinein? Beißt du dem Zahnarzt gar den Finger ab? Zum Beispiel. Ja, ja, klar. Diese Ängste verstehe ich. Aber ich finde nur, diese Botschaft beweist, dass nicht nichts war. Naja, also akut. Es war etwas akut. Ja. Aber du hast dich wackerer gehalten. Als ich tatsächlich gedacht hätte. Wahnsinn. Ich war auch echt überrascht von mir. Wir sind alle, also ab jetzt feiern wir Straßenfeste an diesem Tag. In deinem Namen. Das ist schön. Ja, den Tag des mutigen, des schmerzlosen Andres. Weißt du, was mir eigentlich dann aufgefallen ist letztens? Erzähl mal. Ich habe heiratend verstanden. Also eben, weil du jetzt gerade Straßenfest meinst. Es ist einfach, es ist wirklich eine Geschmacksfrage ist mir klar geworden. Die Leute heiraten immer so ZDF-Fernsehgarten mäßig. Also so von wegen, hier Rosenbogen, da muss man durchlaufen. Alle tragen weiß. Ich weiß, es gibt Hussen. Ich weiß nicht mal, was eine Husse ist, aber die gibt's. Und die kostet wahrscheinlich 100 Euro. Und ich habe nie verstanden, warum die Leute zum ZDF-Fernsehgarten gehen und auch noch da heiraten. Und dann fiel mir auf, also und dann auch noch sagen können, das ist jetzt der schönste Tag des Lebens. Aber dann fiel mir auf, die Leute finden das ja geil. Also muss ich natürlich auch einfach Dinge machen, die diesen Tag zum schönsten Tag meines Lebens machen. Das heißt, ich wache auf einer Bowlingbahn auf, aus dem Wasserhahn kommt Cola. Du spielst. Die Trauung findet in Minas Tirith statt, auf diesem Steg da. Ja, und du spielst natürlich Bowling gegen deinen eigenen Roboter. Zum Beispiel. Unten steht ganz Leipzig und fiebert mit. Und dann gibt's so Essen wie bei Peter Pan mit so eingebildetem Essen, das man dann erst nicht sieht und nur wenn man wieder die kindliche Fantasie erreicht hat, sieht man das Essen. Und alle Leute, die quasi kacke sind, die sehen halt nichts, die kriegen halt also auch kein Essen. Und dann wird's dunkel und dann klappen so Fake-Ziegenbock-Köpfe an der Bühne hoch und dann spielt eine Black-Metal-Band. Eine Black-Metal-Band? Und dann läuft so Blut die Wände runter, alle sind geschockt. Black-Metal-Band oder Muse? Die spielen dann nach. Ah, okay. Und überall schockierte Gesichter bei ihren Eltern, bei meinen Eltern und dann fahren wir mit einer brennenden Kutsche davon und machen Flitterwochen bei der Addams Family. Und natürlich schenkt ihr von der Öffentlichkeitsarbeit des Zoos noch eine Urkunde, dass der Tapir endlich Mirko genannt wurde. So sieht es nämlich aus. Und das war jetzt einfach eine sehr, sehr weirde Art, mir zu sagen, dass du heiraten wirst? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich hab das gepitcht. Nein, nein, nein. Ist ja gar nicht so. Wie von der anderen aus oder was? Ja. Oder von deiner Mutter aus oder deinem Vater? Haben die das verboten? Nee, die haben da eigentlich nichts mit zu bestimmen, aber nee. Ist auch okay, also komm ich mit klar, aber dann halt nicht. Also unter anderen Umständen werde ich das auch nicht tun. Was wären denn die Parameter, die das sozusagen nochmal ändern könnten? Also irgendwie, was weiß ich, wenn man auch Polyamor heiraten kann, also einfach acht Leute? Nee, das interessiert mich nicht. Ja, aber vielleicht deine Partnerin? Nee, 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 also da haben wir schon mal drüber geredet und nee, nee, das interessiert sie. Nee, ich glaub, es ist einfach schwierig, die Band ranzukriegen. Ich weiß nicht, Muse haben viel zu tun. Ach, das ist der wahre Grund, okay. Der wahre und einzige Grund ist, sie will nicht enttäuscht werden. Na klar, vielleicht können die nur 15 Uhr spielen und 15 Uhr ist keine gute Zeit. Und 15 Uhr gibt's ja die Snacks. 15 Uhr ist ja großes Chickenwing-Essen. Ich verstehe. Und dann gucken alle gemeinsam eine Folge Bau sucht Frau. Ich dachte Alf. Auch. Ja. Alles gemeinsam. Ja. Und so wird's, ja. Schön, dass du's mittlerweile verstanden hast. Hab ich jetzt verstanden. Schön auch, dass du alle über einen Kamm geschoren hast und schön auch, dass du auch festgestellt hast, dass natürlich auch ich bei meiner Hochzeit durch einen... Bist du durch einen Rosen... Wirklich? Nein, natürlich nicht. Nee, das hat's... So eine Scheiße interessiert mich überhaupt nicht. Siehste? Ey, wir haben bis jetzt, wir haben für sehr, sehr viel Geld einen Hochzeitsfotografen angestellt. Wir haben bis jetzt die Bilder nicht rumgeschickt. Ach so, aber abgeholt. Äh, nee. Also, wir haben sie digital. Naja, aber ihr habt Bilder. Wir haben Bilder, ja. Er hat uns eine schöne Auswahl geschickt. Ähm, aber... Also, er hat uns auch einen Link geschickt, um das an die Leute weiterzuschicken und dann ist es irgendwie versandet. Naja, ist ja wahrscheinlich auch schon abgelaufen, der Link jetzt, oder? Der Link ist... Nee, der wird... Der läuft nie ab. Okay. Das ist... Der ist direkt auf dem Server von dem Fotografen. Der ist... Dem Fotografen gehört so eine Art... Das Internet. Dem gehört ein ganzes Tal voller Server. Hast du das... Ähm... Es gibt ja... Es gibt ja jetzt so eine... Ich muss ein wenig springen. Es gibt ja jetzt so eine neue Serie. Ich hab letztens, also als rauskam, die neue Staffel Black Mirror geguckt, die furchtbar schlecht ist. Bis auf die zweite Folge. Die ist ganz cool. Die zweite Folge ist... Ich hab's auch schon wieder vergessen. Ist die mit dem Facebook-Typen, der diesen Typen kidnappt. Hat gut gespielt. Ja, find ich aber trotzdem sinnlos, die Geschichte. Und ich war halt furchtbar enttäuscht von dieser Black Mirror-Folge, weil es gibt ja genug Sachen, über die man sich Gedanken machen könnte. Und jetzt gibt's aber, äh, eine neue Serie, die heißt Years and Years von, äh, der BBC. Und das ist ganz geil. Also ich weiß noch nicht, ob ich's irgendwie vergleichbar gut finde, wie so alte Black Mirror-Folgen und so. Aber es ist ganz geil, weil die haben zum Beispiel auch, ähm, diese eine Idee, dass die Tochter irgendwann ihren Eltern sagt, ich bin trans. Also jetzt Spoiler alert. Ich bin trans. Und dann sagen die Eltern so, ja, ist doch vollkommen okay. Äh, dann willst du halt einfach ein Junge sein. Das ist total in Ordnung. Und sie sagt so, nee, ihr kapiert's einfach nicht, ich bin, ich bin nicht transsexual. Und sie so, ja, das nennt man jetzt halt anders. Und sie so, nee, ich bin transhuman. Ich will meinen menschlichen Körper abstreifen und, äh, in der Cloud leben. Cool. Und das find ich lustig. Ja, lustig. Lustigerweise hab ich darüber schon mal ein Buch gelesen vor, pff, 20 Jahren. Äh, das heißt Backup. Mit acht. Und da geht's nämlich, ne, mit acht, ja. Äh, nee, doch wirklich so irgendwie mit 13, 14. Das heißt Backup und da geht's um einen Typen, der halt sein Gedächtnis in einen Computer runterlädt. Ja. Und dann quasi da weiterlebt. Ist doch richtig. Und dann quasi von so anderen Hackern, von der Regierung gehackt wird, sein Gedächtnis. Weißt du, worauf ich mich schon freue? Als Serie. Nein. Auf eine Serie bei Netflix, die heißt The Witcher. Ach ja. Und. Ich kenn das nicht. Und der Trailer. Ist das das neue Game of Thrones? Kennst du das Spiel? Der Trailer sieht so aus, wie so ein, äh, wie so ein Computerspiel. Es ist ja ein Spiel gewesen. Ja, ja. Und das ist, und, und, diese Spiele zeichnen sich in der Regel nicht durch die mega geile Story aus. Also das ist dann doch immer alles sehr klischeeig und platt und exakt so wirkt die Serie. Das wird, glaub ich, ist, glaub ich, der größte Bullshit aller Zeiten. Ich hab, ich hab ja irgendwo gelesen, dass, äh, dass so als das neue Game of Thrones gehandelt wird. Aber wie gesagt, ich hab ja auch keine Ahnung davon. Ich hab das Spiel nicht gespielt. Die Leute sind einfach, ich hab's auch nicht gespielt. Die Leute sind, glaub ich, einfach aufgeregt, weil Game of Thrones eben jetzt vorbei ist. Ähm, und dementsprechend, wir dürfen ja auch noch nicht spoilern. Dürfen wir immer noch nicht spoilern? Nein. Boah, ich würde gern mal sagen, dass ich das Ende scheiße fand. Ja, jeder fand das Ende scheiße. Das, nee. Da hab ich auch schon andere Leute gehört, die sagten von wegen, das ist doch schön. Ich find's absolut kacke. Also, nee. Es gab doch... Da hätt ich auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute... Es gab doch sogar eine Petition von Leuten, die es nochmal... Ja, na, das ist ja na wohl richtig beknackt. Ich hoffe auch, dass die das machen, aber wirklich tatsächlich mit wenig Budget. Das wär geil. Und wo dann so Fan-Look-A-Likes einfach die Leute spielen. Das wär geil. Aber so super schlecht. Das ist geil. Gibt's eigentlich... I am the Dragon Queen and I'm good. I'm not bad. I made the right decisions. Gibt es Fan-Fiction, die gut ist? Also, ähm, ich meine hier, ähm, Fifty Shades ist ja auch, ist ja auch Fan-Fiction. Aber es ist ja trotzdem schlecht. Dazu kann ich nichts sagen. Es würde mich mal interessieren. Gibt's über uns Fan-Fiction? Es gibt über uns nur harte Fakten in der Zerpedia. Ja. Aber natürlich wär's schön, wenn es sich jetzt sozusagen... Also, wir haben jetzt zum einen die Wissens-Nerds, die haben sich in der Zerpedia zusammengefunden. Warum hast du Rollenspiel-Nerds? Es gibt bestimmt so Rollenspielleute, die uns hören. Es gibt ja einen Comic von uns, das weißt du ja. Genau, ja, den kenn ich. Ähm, und ihr dürft gerne ein Rollenspiel mit uns entwickeln. Was wäre ich denn? Du? Ja. Na, du wärst so ein kleiner Goblin. Überhaupt nicht. Natürlich doch. Nee. Doch, du wärst... Ich bin ein Slytherin, wir sind keine Goblins. Nee, du wärst ein Goblin-Paladin, glaub ich. Nee, Paladin find ich nicht so geil. Ich hab ja bei Diablo hab ich immer... Dann sag doch, was du gerne sein möchtest. Ich weiß es ja gar nicht. Ich sag doch nur, was ich für ein Bild von dir hab in so einer Welt. Da kannst du nicht Nee dazu sagen, weil... Nein, kannst du nicht. Doch. Also klar, kannst du, aber dann brauchen wir halt an der Stelle auch nicht mehr darüber weiterreden. Ich hab bei Diablo immer Mage gespielt. Aber das hat mir auch nicht so gefallen, weil ich bin dann doch eher von wegen, ich renn vor und will Damage machen. Na, dann bist du Goblin-Barbar. Yes, das mag ich aber nicht. Ich hab dann einmal Barbar gespielt und das hat mir nicht gefallen. Hast du überhaupt... Mochtest du Diablo einfach nicht? Ging so. Also doch, mit so Koop macht's dann Spaß. Alleine ist langweilig. Hast du mal Assassine gespielt? Nee. Das macht fehl's. Ja, aber das ist mir... Ich bin dafür zu ungeduldig. Auch so bei anderen Spielen, wo man dann so die Agenten spielt, ähm, also weißt du, Team Fortress oder sowas, wo man dann diese Agenten spielt, die sich von hinten anschleichen. Ich find das geil, aber ich bin zu ungeduldig dafür, um mich anzuschleichen. Ich will dann lieber hingehen und dann bam, weg. Okay, gut. Also das ist ja gut. Man braucht ja auch immer Muscle, aber dann musst du eben auch der Paladin oder der Barbar sein. Als Paladin kannst du ja, hast du ja meistens auch noch so heilende Kräfte. Äh, ich weiß nicht, ob dich das eher interessiert oder ob dich einfach die pure Damage interessiert. Nee, nee, bei so ganz vielen, bei so ganz vielen Shootern hab ich immer Medic gespielt. Okay, aber dann bist du, sorry, aber dann bist du Paladin. Ein Medic, der quasi, äh, Support eigentlich ist, aber quasi so ein aktiver Support. Ja, der, der eben auch, der... Der auch mal zulangt. Der auch mal zulangt, aber dann bist du, dann, sorry, dann bist du Paladin. Und weil du, sag ich mal, vom Wesen her eher so ein bisschen verschlagen bist, bist du halt Goblin-Paladin. Also meine, meine Einschätzung war schon ganz richtig. Kann ich nicht Elf sein? Also Elb? Ja, aber dann Dunkelelf. Ja, das ist geil. Also du bist schon, du bist, du wohnst schon im, schon im Wald und bist auch eher... Aber nicht in so einem Baumhaus, das mag ich nicht. Dann bist du Erdelf. Nee, auch nicht in der Erde. Kann ich irgendwie ein cooles Haus haben? Dann krieg ich... Alter, du bist einfach mega anstrengend. Dunkelelben in so geilen Häusern? Nein, weißt du, was du bist? Du bist eine Mischung aus Zwerg und Elb. Ich würde gerne... Du bist ein Zwölb. ...ein böser Elrond sein. Nee, du bist ein Zwölfe. Du bist ein Zwölfe. Du bist ein Zwergenelf, der am Fuße des Berges, aber im Wald wohnt, in einem wunderschön gefertigten Haus aus Stein. Du hast sehr viele Edelsteine. Du bist Fremden gegenüber erstmal ein bisschen... Reserviert. Ein bisschen reserviert gegenüber, aber nicht, weil du Fremde per se ablehnst, sondern weil du einfach nicht weißt, was sie von dir wollen. Ganz genau. Dann lässt du sie, dann lässt du sie aber, wenn du merkst, sie sind gut, lässt du sie ein in dein Haus, um erstmal mit ihnen so ein paar dunkle Rituale durchzuführen. Genau. Und wenn die diese Rituale überleben, mit denen du tatsächlich natürlich nur deine Medizinkraft wiederherstellst, dann gehst du mit ihnen auf die Reise und dann erlebt ihr tolle Abenteuer. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich hab auch so zum Beispiel bei diesen... Es gibt ja so Adventure, wo man sich mal entscheiden muss und dann ändert sich die Geschichte in gut und böse. Ich mach nie böse Entscheidungen. Das ist mir total unangenehm. Aber das Image find ich cool. Weißt du, ich bin quasi so der Tony Soprano. Die Leute haben... Stimmt, weil Tony Soprano hat eine absolut weiße Weste. Na, aber das ist quasi ein netter Böser. Das ist quasi so ein Böser, mit dem man sich identifiziert. Ich möchte die Worte eines weisen... Ja, das ist schwierig. Ich möchte das Wort eines weisen Mannes verwenden und möchte sagen, Tony Sopranos Weste ist spiegelweiß. Das ist... Das ist nichts dagegen zu sagen. Was wäre ich für ein Charakter? Ähm, ähm... Du bist kein Ogre. Was? Nein, du bist quasi... Kennst du von Robin Hood? Da gibt's so einen Mönch, der auf seinem Wagen immer rumfährt. Ähm, der... Also das wäre so dein Äußeres, aber du bist natürlich nicht der. Mhm. Ähm, du bist aber auf jeden Fall nicht vorn mit dabei in der Riege. Weißt du? Also du bist nicht der, der vorne mitrennt beim Angriff. Bin ich Sniper? Weiß ich nicht. Hast du gute Augen? Ich hab gute Augen. Das Problem ist nur, das hab ich jetzt festgestellt, ähm, im Urlaub, ich bin aber auch nur, weil es nur einen Rechtshänderbogen und einen Kinderbogen gab und ich ja Linkshänder bin, ich konnte mit dem Rechtshänderbogen gar nicht schießen und mit dem Kinderbogen so lala. Ich glaub ja, du bist so ein Druide. Also weißt du, du kennst halt den ganzen Scheiß, also du kennst halt alle den ganzen, du kennst das Simmerillion und, ähm... Ich kenn die, ich kenn die Heilkraft der Wurzeln. Und du sagst halt, du sagst halt dem Paladin und, äh, uns Dunkelelfen, äh, sagst du halt von wegen, ah, ähm, ich kenn die, bei denen musst du das und das machen. Aber erst so kurz vorher. Also wir gehen mal kurz in die falsche Richtung und dann kommst du und sagst so von wegen, Leute, ich habe rausgefunden in diesem alten Buch hier, ähm, dass die ja so verwundbar sind. Weißt du? Echt? Ich bin, ich steh für dich für Wissen. Und du kommst auf so einem Fass angerettet. Bei der ganzen Scheiße, die ich schon im Podcast erzählt habe, auch bei den ganzen Unwahrheiten und falschen Fakten steh ich für dich immer noch für Wissen. Ja, na, so Rollenspiele sind jetzt auch nicht super faktenbasiert. Stimmt auch wieder. Ich wäre extrem gerne eigentlich der Muscle, aber ich glaube, ich bin eher der ... Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, ich bin Stratege. Aber du bist, also, das ist halt so, du bist eben dieser Zwiespalt, dass du, äh, also quasi der Obelix, der aber nicht angreift. Weißt du? Also eigentlich hast du, könntest du, und wenn es halt drauf ankommt, dann machst du halt so, haust du zu und bist selbst davon überrascht, wie viel Kraft du hast. Aber eigentlich magst du das nicht. Ich bin OB-Kulix. Du bist Julix. Julix? Ja. Julix, der, der, der dicke Droide? Ja, genau. Du bist quasi, äh, Mirakulix. Mirakulix? Ja. Das gefällt mir. Nächste? Ja. Und du bist Andrerix. Ich bin Anderix. Nee, nee, Anderix ist kein Elfenname. Du bist, äh, Äh, Andront. Ja, das ist cool. Ja. Das ist geil. Andront der Dunkel, Andront der Dunkel, Andront der Dunkel Zwölf. Ja, Andront der Dunkel Zwölf. Also ich bitte darum. Und du bist Mirakulix, der Muscle Droide. Der, nee, der, der Un-Muscle Droide. Nee, du hast ja Muscle. Ach so, nee, ich hab eher Bauch. Naja, aber trotzdem, also das, das, sagen, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber sagen wir mal, Menschen mit einem höheren BMI haben ja, äh, trotzdem Kraft, einfach weil das bewegt werden muss. Du kannst mir ehrlich gesagt auch gar nicht zu nahe treten, weil da ist ja der Bauch dazwischen. Also weißt du, du, du kannst natürlich, du kannst natürlich super viel stemmen. Das stimmt. Verhältnismäßig. Natürlich nicht zu jemandem, der deine, der deine Physiognomie hätte und super trainiert wäre, aber im Vergleich zu jemandem, der schmal ist und meinetwegen trainiert ist, seid ihr vielleicht auf einem Level. Man kriegt mich jetzt nicht so gut weggepault. Das ist ja dieses Asterix-Obelix-Prinzip. Obelix ist quasi genauso stark wie Asterix, ohne was zu machen. Ja. Gut, der ist in den Topf gefallen, aber, ähm. Ja. Meine Güte. Das bin ich nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich, ich muss ja einfach wirklich jetzt was machen, ne, weil ich nehm einfach durch dieses nicht mehr Rauchen, äh, nehm ich halt zu. Ich hab, seit ich aufgehört hab zu rauchen, drei Kilo zugenommen mittlerweile. Und jetzt seit einer halben, seit einer Woche, seit meinem, seit meinem Geburtstagspaddeln, ähm, äh, nehm ich wieder ab. Hab ich schon wieder ein Kilo abgenommen. Wiegst du dich jeden Tag? Ich wieg mich gerade jeden Tag, weil es mich so nervt, dass ich so fett bin. Und deswegen hab ich jetzt auch überlegt, ich fang jetzt wieder an mit der ganzen Scheiße. Ich mach jetzt Kiesa-Training, ich mach aber vor allem so ein bisschen Ausdauersport, in Anführungszeichen. Deswegen hab ich heute die Stunde, die ich, äh, vor dem Podcast noch Zeit hatte, vor der Aufnahme, eben nicht dafür genutzt, zu Hause auf dem Balkon zu sitzen und zu essen. Und Schokolade zu essen, was ich sonst immer gemacht habe. Sondern ich bin einmal zum See gefahren irgendwie, ich weiß nicht, wie weit das von mir ist, acht Kilometer oder sowas, bin reingesprungen und dann zu dir gefahren. Das ist, das war meine Stunde, das war meine Stunde Bewegung heute. Das war, hat sich sehr gut angefühlt. Nicht schlecht. Und vorher hab ich schon geschrieben und ich erzähl jetzt, ich erzähl das nur, ich erzähl nur, was ich heute gemacht habe und was ich vorhabe, ob mir das dann gelingt. Ich weiß, wir haben darüber schon mal gesprochen, ich soll es einfach machen und nicht so viel darüber prahlen, sondern es einfach machen und irgendwann sagen dann die Leute, hey, was ist denn mit dir passiert? Und dann sagst du von wegen des Miraculix. Ja, aber hier im Podcast kann ich es erzählen, weil da sieht mich ja keiner. Na, außerdem ist das ja, ist ja heute Mittwoch und morgen ist Donnerstag. Also du, du hast es ja morgen natürlich dann schon getan. Das ist ja für die Leute keine Ankündigung an dem Tag. Stimmt. Stimmt. Also es ist, es ist nicht ganz, es ist nicht, es ist nicht nur Prahlerei. Aber mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ich meine, es sind jetzt auch gerade schon wieder 32 Grad, es ist halt total dumm auch. Nein, 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 das hat, nein, überhaupt nicht. Habe, habe ich ja auch schon mal, habe ich bei Karate Kid gelernt, bei Cobra Kai. Dass die Japaner sagen, man muss extra in widrigen Bedingungen, genau, habe ich schon mal gesagt, in widrigen Bedingungen trainieren, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der Gegner immer bei bestem Wetter angreift. Genau. Immer bei den Bedingungen, die dir gefallen. Angenehm bei angenehm 20 Grad leicht bewölkt. Ganz genau. Das kann halt, das passiert selten. Meistens sind es irgendwie 40 Grad oder minus 10. Das Problem ist halt, dass du dich natürlich gesundheitlichen Risiken aussetzt. Und ich glaube, das kommt jetzt auch in den nächsten Jahren, dass einfach, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass in der Innenstadt öfter mal eine Oma umfällt oder ein Opa. Vermutlich. Man läuft da rum und dann fallen die halt um und dann Hitze. Mit anderen Worten. Also wirklich, ich meine das ernst. Ich glaube das, ja, ja. Also ich habe ja auch, das ist ja auch mein Problem, deswegen sage ich, es ist eigentlich dumm bei dieser Hitze das jetzt zu machen. Ja, und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Genau. Wir brauchen dich nämlich noch im Kampf gegen Sauron. Genau. Und da habe ich natürlich auch, ich habe auch keine Lust. Ich weiß natürlich nicht, wie man das merkt, wie sich das ankündigt. Jetzt war es so, mein Kopf war rot und mir war warm, aber mir war weder schwindelig noch sonst irgendwas. Da so kündigt es sich an. Flattrigkeit, Schwindel und plötzliches Herzrasen. Das habe ich alles. Kalter Schweißausbruch. Das habe ich alles. Ich schwitze eh immer. Kalter Schweiß. Ja, ich kann aber nicht zwischen kalten und warmen Schweiß unterscheiden. Doch, doch, wenn es soweit ist, kannst du das. Ich habe das Entscheiden gelernt, als ich beim Zahnarzt da ist. Vor dem, vor der Weisheitszahn-OP. Ja, da habe ich auch gedacht, da habe ich, ich habe aber auch wieder gedacht, beim Hingehen, habe ich gedacht von wegen, ach scheiß drauf, gehst du einfach nicht hin. Und dann kommt aber dieser Moment, der Katharsis in meinem Kopf, dass ich denke, naja, ist eigentlich auch ganz geil, wenn du so stirbst. Ist eine Geschichte, ist eine nette Story. Ja, aber wer soll die erzählen? Na, die, die dann mich in dem Boot auf dem Meer davonfahren lassen. Auf dem Meer, was direkt an deinem Berg dran ist, in dem du wohnst. Verstehe, okay. Dieses unterirdische Meer. Das ist ein unterirdisches Meer, selbstverständlich. Das sollten wir in unseren Rollenspielkriegs noch sagen. Das ist ein unterirdisches Meer, an dem André wohnt. André hat noch nie Tageslicht gesehen. Naja, doch. Doch, einmal pro Jahr. Ich habe ja auch einen Turm an meinem Haus dran. Ah, okay. Ja. Aber er war noch nie draußen, er hat noch nie seinen Fuß auf die Erde gesetzt. Nur unter die Erde oder auf seinem Turm. Ja, weil ich in der Cloud lebe. Genau. Ich bin quasi ein Cloud-Elf. Echt? Also, wenn die Gegner ankommen und das Radar fällt aus, dann war ich das. Ja. Ja, ich vermische das so ein bisschen leider. Ja, ist in Ordnung, André. Warum gibt es denn nicht Cyber-Elfen? Ich glaube auf jeden Fall, dass es totaler Quatsch ist. Das kann ich dir nur fürs nächste Mal raten. Dich vorher halt so fiesch fertig zu machen und aufzuspielen auch tatsächlich. Dass es ein mega lange Thema ist mit deinem scheiß Zahn und dann ist am Ende alles okay. Du hast tatsächlich das erste Mal den Juliusschen Fehler gemacht. Das stimmt. Oh, neue Kategorie. Der Juliussche Fehler? Ja, der Fischersche Fehler. Der Fischersche Fehler? Das ist auch ein schönes Wortspiel. Wer ihn ausspricht, darf ihn auch aussprechen. Fischersche Fehler? Okay. Ja, aber aus einer Erfahrung heraus. Das möchte ich zumindest zu Protokoll geben. Okay. Weil bei den anderen beiden haben die mir vorher gesagt, von wegen, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann wurde es halt mega schlimm. Weißt du? Vielleicht musst du dich diesbezüglich noch ein bisschen mehr öffnen. Aber jetzt hast du ja auch die Erfahrung gemacht. Jetzt nimmt mir voraussichtlich erst mal keiner mehr Zähne raus. Das weißt du ja auch nicht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass deine Fresse jetzt ein bisschen verschoben ist. Gar nicht. Dass die Zähne so ein bisschen weiter auseinandergezogen sind, weil hinten einer fehlt. Null. Also du hast schon ein bisschen größere Lücke jetzt. Null. Null. Das Einzige, was ich Angst hatte, war, dass der Zahn schon in die Nasennebenhöhle geragt hat und ich einfach eine Verbindung jetzt habe. Habe ich aber zum Glück auch nicht. Sehr gut. Ich war gestern beim Zahnarzt. Jährliche Kontroll bei meiner Zahnärztin. Jährlicher Kontrollbesuch. Und ich hatte nichts, außer ein bisschen Zahnstein. Das ist unfassbar. Dieses Gefühl kenne ich. Das ist unfassbar befriedigend, weil ich ja acht Jahre lang nicht beim Zahnarzt war, dann vier Jahre lang durch die Hölle gegangen bin mit Wurzelbehandlung etc. pp. Und Zahn gebrochen und die ganze Scheiße. Und jetzt ist einfach nichts. Dazu möchte ich dir gratulieren. Das Gefühl kenne ich sehr gut. Letzter Donnerstag nach Kontrolle sagte der Zahnarzt, schön, es ist nichts. Dann wünsche ich ihnen noch ein schönes Leben weiterhin. Das hat er gesagt? Hat er wirklich gesagt. Achso, weil er nur für deinen, also es ist nicht deine, nee stimmt, du bist ja normalerweise bei einer Zahnärztin. Du warst jetzt bei einem Kieferchirurgen, nehme ich an. Weiß ich nicht. Vielleicht war es auch der Hausmeister. Aber dafür war er ziemlich schnell. Auch gut. Also muss ja, kann ja durchaus auch so. Er kann sich ja abgeguckt haben. Beim Wischen durch die Scheibe geguckt und irgendwann gedacht, ach komm, kann ich auch. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass du den Zahn weggeschmissen hast und auch ein bisschen traurig. Ich habe meine Weisheitszähne noch von früher. Die sind nicht schön. Zwei haben auch so, das siehst du so richtig, dass da schon eher ein Handwerker am Meißel stand. Also die sind so richtig rausgebrochen aus dem Zahnarzt. Die haben so Schrammen an der Seite. Ja, genau. Als hätte jemand da versucht, eine Skulptur draus zu machen, aber dann keinen Bock mehr gehabt. Zwischendrin. Aber ich habe sie noch, um mich immer daran zu erinnern, wie das war. Furchtbar. Furchtbar, André. Ja, ich bin da, glaube ich, nicht so, ja, Nostalgie ist das falsche Wort, aber das ist mir, glaube ich, die Latte. Aber was hat die Zahnärztin für einen Poncho angehabt? Also für einen Scrub? Was für eine Farbe? Sie hatte keinen Scrub an. Sie hatte ein Flamenco-Kleid. Und dann hat sie so, Herr Fischer, lassen Sie mich den Zahn prüfen. Die kam direkt vom Kurs. Nein, hat die nicht gehabt? Nö, die hat ein normales Niki angehabt. Nee, also bei mir haben die nämlich sogar, wechseln die mal die Farben, das habe ich jetzt ja mitbekommen. Montag war zum Beispiel der Weinrote Tag. Dienstag ist Mint. Und Donnerstag, wo ich zur Kontrolle war, war der Lindgrüne Tag. Ah ja. Und zum Beispiel meine Zahnärztin hat oft Dunkelblau an, was ja bei Scrubs die für die innere Medizin sind. Ja. Und die Dunkelroten sind die Hauttypen, oder? So Dermatologen. Ja. Was Lindgrün ist, weiß doch die Chirurgen. Lindgrün ist Chirurgie, ja. Ja, also eher Dunkelgrün. Recht, die Dermatologen tragen sozusagen schon die Farbe der Exzeme ihrer Patienten? Möglich. Ja. Möglich. Exzeme, sagt man ja, ne? Nicht Exzeme. Exzeme. Das ist, das wäre... So wie Exzen, ne? Ja. Ich habe vier Exzeme. Mhm. Wir verlamern uns. Überhaupt nicht. Worauf ich hinaus wollte war, das ist in der Zahnarztpraxis, die ich frequentiere, nicht Usus. Also ich glaube, die eine macht das schon manchmal und die andere hat immer so, die andere hat einfach ihr normales Niki an, da steht dann, das ist so ein Standard, da steht irgendwie sind zwei Tauben drauf, steht Love oder weiß ich nicht. Oder Hey. Hate. Hate. Freedom. Also Hate Freedom steht drauf. Oh je. Das wäre geil. Ich war am Wochenende in einem Erlebnisbad. You die. Ich war in einem Erlebnisbad und da haben die Leute tatsächlich sowas stehen. Was ist denn mit dir los, André? Du denkst, du warst heiraten nach, du warst in einem Erlebnisbad. Ich denke überhaupt nicht, du warst heiraten nach. Was ist denn mit dir kaputt auf einmal? Du wirst wirklich weich? Nein, ich wollte rutschen. Nee. Doch. Also ja, natürlich wolltest du rutschen. Es war grauenhaft. Es war wirklich grauenhaft, weil die ganze Versprechung davon war anders. Es war viel kleiner, die Rutschen waren billo. Und mir ist gewahr geworden, dass der Querschnitt der Gesellschaft mich traurig macht. Weil die meisten Leute Tribals haben, deformierte Tribals, Kinder auf ihre Brüste tätowiert. Kinder-Tribals. Kinder-Tribals. Äh, deformierte Kinder-Tribals. Und, nee. Und halt auch die ganze Zeit, mach die Gösche zu, mach die Gösche zu. Oh, nee. Also. Nee, der Vater Juli hat jetzt kein Eis mehr. Aber warum tust du dir das denn auch? Weil ich rutschen wollte. Und war das Rutschen wenigstens gut? Nee, überhaupt nicht. Oder musstest du mega lange warten? Ich musste nicht warten, aber das war einfach dermaßen unspektakulär. War das eine Scheißrutsche? Ja. War es nicht so eine ganz lange? Es war auch so eine Dunkelrutsche. Also, wo man, wo da steht von wegen Obacht, man könnte die Orientierung verlieren. Und das. Wenn man gerade aus der Schwerkraft ausgesetzt ist. Naja, es geht ja auch ein bisschen hin und her und rum und numm. Aber, ähm, naja. Und das, also, nee, keine Ahnung. Diese sanitären Anlagen, wenn es da schon nach Kot riecht, dann vergeht mir halt die Lust. Aber wann warst du denn das letzte Mal rutschen? Äh, ich glaube, das war bei der Klassenfahrt, äh, von der ich schon mal erzählt hab. Wo ich, ähm, leider nicht mitbekommen hab, dass, dass eine Mädchen nicht rutschen konnte, weil sie grad menstruiert. Ah ja, und wo du dann... Ich dir gesagt hab von wegen, ja, warum gehst du nicht rutschen? Das kann jeder. Und sie, nee, kann ich nicht. Ah, klar. Ja. Das mir wache ich heute noch manchmal auf davon. Zu Recht. Zu Recht. Das ist einfach extrem unempathisch. Nee, das war ein... Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja, aber das heißt ja, ja... Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, also... Ja, ich weiß. Sorry. Das ist, das ist trotzdem... Man kann ja auch, wenn man nicht weiß, was ist... Also, nein heißt nein, André. Okay. Ich will mich darüber jetzt... Eskalationsstufe erreicht. Ich will mich darüber jetzt nicht lustig machen, über nein heißt nein, denn das ist ein sehr ernstes Thema, aber das... Man kann es darüber sogar... Man kann es darauf ja auch übertragen. Auf rutschen? Ja. Auf rutschen wäre... Darum rutschst du nicht? Nein. Okay. Okay. Ja, fertig. Ja, aber ich darf ja auch mal kurz nachfragen. Wenn es um Rutschen geht. Natürlich darfst du kurz nachfragen, aber du hast ja nicht so richtig nachgefragt. Du hast ja dann nur gesagt, aber es ist übelst geil. Missverständnis. Ja. Missverständnis. Du brauchst dich da nicht rausreden, André. Ich rede mich nicht raus, ich will mich nur erläutern. Ja, aber ist Erklärung nicht auch schon eine Art von Herausreden, weil man möchte, dass der andere oder die andere Verständnis dafür hat, dass man sich falsch verhalten hat? Ich frage mich das manchmal tatsächlich, weil ich sage auch ganz häufig, das soll keine Ausrede sein, nur eine Erklärung, aber ist das nicht im Grunde genommen dasselbe? Ja, wahrscheinlich ist es schon dasselbe. Ach, das ist alles... Die Welt geht unter, Julius. Das sowieso, deswegen ist es auch wurscht. Ich habe am Montag ein Buch über so Esoterik-Nazis gelesen und laut denen ist die Welt im Kali-Yuga. Das kommt aus dem Hinduismus und das ist das Zeitalter des Zerfalls und des Verderbens. Und das dauert beim Hinduismus glaube ich schon seit 5000 Jahren an, aber die Eso-Nazis denken, dass es seit 2015 ist. Und das jetzt... Na, die Geflüchteten kamen da. Und seitdem geht die Welt unter und die muss jetzt richtig krachen gehen, damit das dann neu entstehen kann mit Füro und was weiß ich was. Ah ja, verstehe. Und das ist einfach... Das ist so grauenhaft, dieses Buch. Und dann wird auch noch dieser Vollidiot in Großbritannien Premierminister. Wahnsinn. Und das ist auch total geil, wie so... Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass er... Also die verschleiern so, dass der Typ halt einfach ein übelster Lügner ist und schreiben halt so von wegen, seine Artikel als Journalist haben durchaus für Diskussionen gesorgt. So von wegen, hä? Weil er Quellen und Zitate erfunden hat, hat es nicht für Diskussionen gesorgt, sondern die Leute haben sich aufgeregt, weil er einfach lügt und betrügt. Und dann gibt es so Artikel von wegen, oh, der Haarschnitt von Boris Johnson kostet nur 15 Pfund. Das ist ja richtig einer von uns. Nee, ist er überhaupt nicht. Der Typ hat so einem Kriminellen die Adresse von einem Journalisten gegeben, damit er den zusammenschlagen kann. Das ist... Einfach... Ja gut, aber der wird dann... Das Kali Yuga lebt. Das Kali Yuga lebt, aber anders als man denkt. Anders als die Eso-Nazis es denken. Weil die Eso-Nazis werden... Wie stehen die Eso-Nazis zur Klimakrise? Das sind ja ganz viele so Öko-Nazis. Also die bauen... Da gab es so ein schönes Zitat drin. Das Buch ist von Thomas Ginzburg, Reise ins Reich heißt das. Und da gab es ein tolles Zitat. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich kann es nur so paraphrasieren. Da ging es halt... Hieß so... Denn wer barfuß gegen den Kapitalismus anrennt und nebenbei seine eigenen Zucchinis zieht, erscheint ja glücklicherweise erst mal nicht als rechts. Weißt du? Ja. Und damit machen die halt so ihr Ding. Ja. Und die sagen zum Beispiel auch nicht mehr, dass sie halt quasi in einen anderen Staat wollen, sondern die sagen nur von wegen, wir möchten halt so leben. Weißt du? Und die sagen nicht von wegen, alle anderen sind Feinde, sondern so, naja, die sind ja gegen uns. Weißt du? Ja. Ganz, ganz weirde Leute. Grenzen ziehen gibt ja auch einen gewissen Halt. Ja, na genau. In der Gruppe. Genau. So. Und jetzt, wo in Leipzig natürlich auch in zwei Kitas kein Schweinefleisch verzichtet wird, geht natürlich die Welt unter. Das ist wirklich das... Also, sorry, aber da ging mir auch der Hut hoch. Ja. Wie willst du denn dann Schnitzel essen zum Beispiel? Eben. Wer Fruchtschleisch liebt, soll Deutschland verlassen. So sieht es nämlich aus. Also, geht doch überhaupt nicht. Nee, musst du sagen. Also, Currywurst muss Pflicht sein. So, ja. Alter, ey. Krass. Nee, aber sagen die, oder ist das gar nicht Thema in dem Buch, die Klimakrise? Weil als ökologisch bewusster... Ja, aber das wird ja auch ganz oft halt von den ganzen Nazis angezweifelt, dass es überhaupt menschgemacht ist. Ist doch scheißegal. Weißt du, das ist ja auch von wegen, dass du sagst, von wegen, ja, es gab auch Zeiten in der Welt, wo die Temperatur halt mal anstieg und dann fällt sie wieder. Das ist ganz normal. Aber es ist doch scheißegal, ob es vom Menschen gemacht ist oder nicht, wenn jetzt wird es vom Menschen beobachtet. Und allein das gibt uns natürlich ein bisschen mehr Aufschlüsse. Und wenn Forscher sagen, also ich will jetzt auch nicht zu wissenschaftsgeil sein, aber wenn Forscher sagen, es ist schon sehr untypisch, dass die Arktis in Sibirien so krass zu diesem Zeitpunkt des Jahres schon brennt. Ja, oder dass es jetzt einen See gibt irgendwo, wo war das? Nicht im Himalaya, sondern irgendeinem Gebirge, wo es jetzt einfach auf 3000 Meter einen See gibt. Ich meine, da sollte eigentlich Schnee liegen, Leute. Ja, und wenn diese Brände so viel CO2 ausstoßen in dieser kurzen Zeit wie eine mittelgroße Industrienation in einem Jahr, dann sollte man doch vielleicht, sollten Menschen darüber nachdenken, wie können wir dieses Problem vielleicht ein bisschen eindämmen. Ja. Nein, weil es nicht vom Menschen gemacht ist, müssen wir da auch nichts gegen tun. Nee, genau. Was ist der Punkt? Genau, das klärt sich schon von alleine. Ich meine, ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, dass wenn ich jetzt entscheide zum Beispiel nicht mehr zu fliegen oder nur noch ganz, ganz wenig zu fliegen, dass das am Ende nicht dafür sorgen wird, dass jegliche Küstenregionen in ein paar Jahrzehnten weg sind, weil es natürlich Nationen gibt. Na, aber doch. Doch, natürlich. Es muss ja auch mal jemand anfangen. Das ist ja genauso wie dieses sinnlose Argument, wenn die Leute sagen, wir können doch nicht die Armee abschaffen, wenn alle um uns herum noch Armeen haben. Aber wenn halt niemand jemals anfängt, wird es auch nie dazu kommen, dass es mal keine Armeen mehr gibt. Okay, pass auf, wir haben ja schon mal Dresden den Krieg erklärt. Ich würde sagen, wir erklären hiermit, dass es keine Armee mehr gibt. Ja, und den Klimanotstand erklären wir für Leipzig. Den Klimanotstand rufen wir auch noch aus. Und jetzt ist halt auch, deswegen, ich finde es so sinnlos, dass jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, mal abgesehen davon, dass ich total sinnlos finde, wie sie den Posten bekommen hat, jetzt quasi bis, sie hat noch kein Datum gesagt, oder den Verteidigungsetat quasi fast verdoppeln will, eben auf diese zwei Prozent anheben will und erst mal ein Drittel mehr 2020 haben will, so eine Frau, die absolut kritikunfähig ist, den Posten so zugeschaffert bekommen hat. Und mir geht es überhaupt nicht darum, dass sie die Frau ist. Da halte ich es total mit Till Reiners. Dass Gleichberechtigung nicht heißt, dass Frauen alles besser machen als Männer, sondern dass Frauen genauso schlecht machen können wie Männer. Sie haben das Recht, haben genauso scheiße zu sein wie Männer, ja. Und darin ist die tatsächlich auch ziemlich gut. Auch wenn ihre Vorgängerin eine Vorgängerin war. Aber die war jetzt auch nicht besonders doll. Ach. Ach, André. Schlimm, schlimm. Eine meiner Chilis ist auch noch gestorben. Nein. Wegen der GroKo, weil die nicht aus der Braunkohle aussteigt. Eine Chili-Pflanze ist gestorben. Ja. Wahnsinn, weil es zu heiß ist. Ich habe neulich festgestellt, dass das Kraftwerk, was man sieht, wenn man in Leipzig... Lippendorf ist wieder an. Jaja, es ist wieder an und es ist das drittschlimmste Kraftwerk in der Bundesrepublik. Ja, die meisten sind ja auch in Ostdeutschland. Genau. Die der Schlimmsten. Was da... Also, und das ist ja, das ist im Grunde genommen, was ein Dampfkraftwerk, ne? Das weiß ich nicht. Jaja, ich habe ein bisschen mich belesen, weil ich mich gefragt habe, ob das eigentlich schlimm ist, dass das immer so dampft. Ne, da hat ja auch unser Bürgermeister nochmal den Braunkohleausstieg für Leipzig verschoben. Ja. Nochmal schön um acht Jahre nach hinten, weil das wäre ja, also, geht nicht. Also, Leute... Warum bauen wir nicht einfach alle auf die gesamte Stadt Solarzellen aufs Dach? Na, weil da ja erstmal Wohnungen drauf müssen. Aufs Dach? Na klar, also auf die ganzen Einkaufshäuser, also Supermärkte nennt man die auch, und Parkhäuser, da müssen ja jetzt Wohnungen oben drauf. Und dann da oben, dann erst, Julius. Aber kommt jetzt auch zum Beispiel auf, also ich kenne Leute, die wohnen im Waldstraßenviertel, und das sind ja jetzt so Giebel, äh, und kommt da jetzt auch, äh, kommt da dann auch nochmal Wohnungen drauf und dann die Solarzellen, oder wie ist das gedacht? Ja, genau, damit man nämlich ja nicht anfangen muss. Ah, okay, verstehe. Das ist das, was mich am allermeisten nervt, dass die Leute einfach nicht aus dem Arsch kommen und immer sagen, von wegen, man müsste ja, man müsste ja. Und natürlich nichts passiert. Also, ich freue mich tatsächlich mega auf die Zeit, wo das einfach, wo das technisch überhaupt kein Problem mehr ist. Zum Beispiel bei der, bei der Bowlingbahn, wo ich jetzt war, die halt mega geil ist, da, äh, stand in den Bewertungen irgendwann drin, von wegen, ja, die müsste mal erneuert werden, und was haben sie gemacht? Erneuert. Nein. Jetzt alles neu da. Es ist Wahnsinn. Da stehen jetzt, gut, die Übersetzung dieser Gerätschaften ist ein bisschen schwierig. Das habe ich schon gesehen bei dir. Aber ansonsten ist die einfach top. Ah ja, verstehe. Und weil ich nämlich letzten Freitag, ähm, bowlen wollte, und, äh, die dazu hatten, warum auch immer. Also, ich dachte immer, es ist eine Großstadt hier, und man kann doch, also Großstadt heißt, jedes Bedürfnis lässt sich zu jeder Zeit, äh, befriedigen. Geht nicht. Geht nicht. Hatte nichts auf. Dann, dann mussten wir, äh, Billard spielen gehen. Wie? Keine Ahnung. Und dann waren wir in so einer, in so einer Spilo. Das ging überhaupt nicht. Da kostet die Getränke 50 Cent. Überall sitzen so Chabos an den Automaten. Und, alter, ey. Ja, ich glaube, Leipzig. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt wie da. Aber ich glaube, Leipzig, also vielleicht liege ich da falsch, aber für Nachtschwärmer, äh, die, sag ich mal, ungeregelten Berufen nachgehen, sind, sind Sonntag und Montag immer noch problematisch. Ja, oder? Na, und halt auch, ja, genau. Dienstag meinetwegen noch. Na, wobei, da geht's auch schon wieder. So, Dienstag bis Samstag ist, ist in Ordnung, aber Sonntag, Montag ist, ich weiß das ja, weil früher, ganz früher, so bis, was, 2008, 2009, äh, war ja der Poetry Slam immer am Sonntag, am Sonntag, ja, genau. Im Isis Erika und danach sollte immer noch Party sein und der einzige Ort, wo man noch hingehen konnte danach, äh, im Umkreis, war das Werk 3. Ja, stimmt, das war geil. Und ins Werk 3 zu gehen, war immer auch verbunden mit so einer leichten, mit so einem leichten Nervenkitzel, weil es eben auch sein konnte, dass man reinkommt und dann direkt von der Gruppe Eus verprügelt wird. Ach, überhaupt nicht. Ich fand's halt nur geil, dass man halt reinkommt und man musste halt wirklich so, ähm, wenn man den Mantel an, den Mantel am besten ausziehen, weil das geht da drinnen nicht und wenn man sich hingesetzt hat, kam meistens jemand an und gefragt von wegen, bist du Student? Und dann ist er so, nee, na dann ist gut. Und dann ist er weggegangen. Und irgendwann kam immer jemand, der sich irgendwann abends mit hingesetzt hat und meinte irgendwie, Alter, kann ich bei dir schlafen? Und er so, nee, kannst du nicht. Aber meine Alte hat mich rausgeworfen. Und er so, ja, tut mir leid. Ja, dann bin ich halt noch zu meiner anderen Alten und die hat mich auch rausgeworfen. Und er so, ja, das tut mir leid. Und er so, ja, aber guck mal, ich hab hier so ein schickes T-Shirt an. Du kannst trotzdem nicht bei mir schlafen. Da ist Kenny von South Park drauf. Ja, nee, geht nicht. Siehste, da hattest du aber noch Glück. Du hast zumindest schöne Konversationen gehabt. Ich wurde einfach nur verprügelt. Ja, du wurdest nicht verprügelt. Natürlich. Was? Natürlich. Was? Doch. Erzähl. Also, ich bin reingegangen und dann wurde ich verprügelt. Das war die Geschichte. Ja, genau. Ich wurde nicht verprügelt. Eben. Nee, mir wurde tatsächlich... Da war es ein bisschen stabil. Das war schon, da musste man schon immer auch mal ein Auge so auf den Rest des Ladens haben. Genau. Aber ich fand's geil, dass irgendwann das Rauchverbot eingeführt wurde in Kneipen und die dann einfach einen Ein-Quadratmeter-Plexiglas-Raum gebaut haben, wo da dran stand, Nichtraucherraum. Ja. Und dann konnte man da stehen an so einem Stehtisch und konnte nicht rauchen und zugucken. Ja. Das fand ich eigentlich sehr, sehr witzig. Und immer früh, um fünf, mussten alle kurz rausgehen. Also, die hatte ja rund um die Uhr auf, beziehungsweise von fünf bis sechs. Nee, von sechs bis fünf. Und dann musste man um fünf rausgehen, draußen sitzen, während drinnen mal kurz durchgewischt wurde und dann konnte man wieder reingehen. Ja. Das fand ich geil. Also, haben wir uns eigentlich im Grunde genommen vollkommen zu unnütz beschwert, weil man konnte im Werk drei einfach immer sein. Ja, aber Nervenkitzel war ein bisschen. Wenn man den Bock hatte auf das Klientel, ansonsten ist es auch… Ist man einfach nach Hause gegangen und hat Marx gelesen. Ja, ansonsten ist es auch mit der Nahrungszufuhr ab einer bestimmten Uhrzeit schwierig, meiner Meinung nach. Aber es gab eine Zeit lang, auch noch davor, gab es halt den Grillimbiss, der hatte immer noch sehr… Der Grill Express. Der Grill Express, der hatte noch sehr, sehr lange auf immer. Aber Camillo hat irgendwann dicht gemacht. Und es gab am Südplatz eine ganze Zeit lang so einen Ein-Euro-Döner. Der war auch immer sehr, sehr… Den kenne ich nicht. Oh, der war richtig ekelhaft. Ich kenne nur den Ein-Euro-Döner bei dir in der Nähe, den es da gab. Und den habe ich einmal gegessen. Und, keine Ahnung, es war eigentlich nicht schlimm, aber ich wusste schon, dass die Rechnung nicht hinhauen kann. Ja. Und mir ist auch nichts passiert. Also es hat mich nicht schlecht gefühlt danach oder so. Außer halt von wegen, öh, ich bin ein Assi. Aber nicht gesundheitlich. Weißt du? Ich sehe gerade hier drüben zum Beispiel auf dem Haus bei dir gegenüber sind Solaranlagen. Ja, hier ist der Fortschritt. Hier ist der Fortschritt. Ja, und hier kann man auch tatsächlich relativ lang abends noch Essen kriegen. Aber eigentlich nur Döner oder Pizza. Das reicht ja für die meisten. Ja. Ich vertrage das nicht mehr. Ich bin neulich mal irgendwann zurückgekommen aus dem Urlaub, habe mir Pizza bestellt. Geht nicht mehr. Wie geht nicht mehr? Geht nicht mehr. Hast du Rücken? Ja, habe ich sofort Rückenschmerzen gekriegt. Das war furchtbar. Nee, das ist einfach richtig eklig. Döner geht, aber Pizza, so Billo-Pizza geht nicht mehr. Billo-Pizza bestellt, das ist doch schon ein Widerspruch in sich. Ja, aber früher ging das. Früher war das, das war manchmal so, das war die Kater-Pizza, weißt du? Die muss dann halt, die darf jetzt nicht besonders, die darf nicht besonders gut schmecken. Die darf auch nicht so dünn sein. Die darf nicht sapsch sein. Sondern die muss sapsch sein. Da muss irgendwie, da muss richtig, da muss am besten müssen da Zwiebeln drauf sein, Hackfleisch und ganz viel Fett und ganz viel Käse. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht und das funktioniert nicht mehr. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Hast du dich übergeben? Nee, nee, mir war, also. Du hast einfach während dir das Fett die Wange runterlief gedacht von wegen, das ist nicht mehr meins. Du hast gesagt, ich darf darüber nicht sprechen im Podcast und deswegen spreche ich darüber nicht. Oh. Ich sage nur, mir ging es nicht so gut. Ah. Ja. Ah, das ist also passiert. Ja. Der, der, der braune Ton. Genau, und weil ich ja sonst, und weil ich mit diesen Geschichten dann bei dir einfach ein bisschen durchfalle, ähm, habe ich das jetzt einfach nicht erwähnt. Erwähnen möchte ich aber, dass ich zum Geburtstag von der Frau, die manchmal mit mir zusammenwohnt, äh, eine Paddeltour gekriegt habe, ähm, mit Picknick am See und zurückfahren, also insgesamt 18 Kilometer paddeln und zwischendurch ein paar Stunden chillen und es war mega cool, bis auf, dass ich vergessen habe, mir die eine Innenseite meines Beins einzucremen und da hat einfach den kompletten Tag die Sonne drauf geschienen, André, und ich kann dir das zeigen, es ist immer noch rot. Das hatte ich auch mal, halbseitigen Sonnenbrand. Kannst du das erkennen? Ist das hier unten drin? Ja. Aber es geht, es wird wieder. Es ist, es ist nicht, es ist nicht ganz so schlimm, ich habe es wirklich am Abend dann direkt gekühlt, weil es mega angefangen hat zu pulsieren, aber ich wusste ja nicht, dass Paddeln so viel Spaß macht, allerdings, wir hatten ein Dreierkanu und... Nur Verständnisfrage, ist das wirklich Paddeln? Ich weiß es nicht, ich frage wirklich aus Unwissen, ist das Paddeln, wenn man in einem Kanu fährt, aber so ein Paddel hat. Ein Paddel hat ja zwei Seiten. Nee, nee, das ist, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Paddeln. Wir hatten sogenannte Stechpaddel, mit denen man ins Wasser steht und sich sozusagen so nach vorne drückt, aber nur einseitig. Und dann gibt es diese, die zweiseitigen, ich weiß nicht. Das nennt man doch auch Paddeln, das ist nicht Kanutieren oder so. Also die haben mir das als Stechpaddel verkauft und das klang für mich sehr eindeutig. Du hast es gleich gekauft. Genau, ich habe es direkt gekauft, weil man, weil es nicht... Du hast gedacht, es ist schon das zweite Mal, dass ich paddel, kann ich jetzt auch kaufen. Genau, es gibt ja nicht die Redewendung, etwas als etwas verkaufen. Ja, die haben mir das direkt verkauft, ich hatte Geburtstag, dementsprechend haben sie es mir auch noch ein bisschen billiger gemacht. Im Grunde genommen gehört mir jetzt der Kanu-Verleih. Na klar, wenn du nächstes Jahr wieder paddelst, hast du wenigstens eins. Also das möchte ich auf jeden Fall wieder machen. Schön war auch, dass es auch Freunde gab, die gesagt haben, ne, paddeln ist mir viel zu anstrengend, André. Und deswegen bist du erst an den See gekommen, aber ich fand deine Idee, weil es gab ja Picknick, André's Idee war dann halt, er bringt alles mit für Hotdogs und das fand ich sehr gut, weil er hat... Da, erzähl's, genau. Wir sind ja mittlerweile auch einfach über 30 und sind keine Assis mehr und deswegen hatte er selbstverständlich für die Würste auch einen Kocher mit. So sieht's nämlich aus. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das einzige Problem war, wir hatten leicht zu viel Essen dabei. Alle Leute haben ein bisschen übertrieben. Du auch, by the way. Ja, weil ich mich einfach verantwortlich gefühlt habe, um alle dort zu ernähren. Ja. Auch noch für die Rücktour. Ja. So quasi als Vorarbeit. Ja. Dass die anderen das Gleiche denken, daran habe ich nicht gedacht. Wir haben tatsächlich noch sehr viel, sehr viele Tage, um jetzt mal einfach dumm zu reden, sehr viele Tage noch uns dann von dem Zeug ernähren können. Und du kannst mir gerne... Obwohl, nee, ich esse ja jetzt nicht mehr so viel Zeug. Wie viel von den Hotdogs hast du noch übrig? Ähm, da hinten liegen sie. Die acht Brötchen. Acht Stück. Na ja. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das kriegst du doch weg bis Ende August. Ich hab jetzt schon vier gegessen. In vier Tagen. Also? Ich habe eine Würstchen-Funktionsstörung. Ich kann nicht so viele Würstchen essen. Stimmt, ich hab's schon wieder vergessen. Stimmt, du hast ja die Würstchen-Funktionsstörung. Eben. Das tut mir sehr leid. Deswegen war das auch ein Hilferuf, als ich den abgesetzt habe und gemeint habe, was mache ich denn jetzt noch mit zehn Hotdogs? Verstehe. Ich kann das maximal in zehn Wochen essen. Ja. Ich fand es trotzdem super gut, dass du die mitgebracht hast. Und außerdem habe ich nur gesagt, dass ich die mitpaddle, weil ich mich um meinen gesundheitlichen Zustand gesorgt habe. Ich habe gedacht, am Montag wird mir ein weißer Zahn entfernt. Wer weiß, ob ich am Samstag... Ich muss selber lachen. Wer weiß, ob ich am Samstag gesundheitlich in der Lage bin, mit meinen Armen zu paddeln? Das ist einfach so peinlich. Das ist wirklich so peinlich. Du hättest einfach... Was denn, wenn ich einen Anfall bekommen hätte? Genau. Na, so ein... Weil das dann verunreinigt wird durch die Luft. Außerdem sitzt du vielleicht vor mir, machst die ganze Zeit ja mit deinem Gerät und der Rauch zieht in meine Nasenhöhle, die verbunden ist mit meinem Mund, jetzt durch den neuen Kanal. André, es gibt, glaube ich, jetzt mal unabhängig von den Oberschenkeln, die man sich einfach eincremen muss, wenn man paddelt an einem Sonnentag. Aber es gibt ansonsten einfach, glaube ich, nichts, was zumindest für die Atmung weniger schädlich ist, als paddeln durch den Floßgraben. Aber ich bin vorbelastet gewesen gesundheitlich. Das hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Ich fand es spannend, dass auf der Rückfahrt, also auf der Hinfahrt, war ich zusammen mit der Frau, die auch bei mir wohnt im Boot. Und das ging einigermaßen gut. Wir haben uns am Anfang so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe tatsächlich aus Wut irgendwann ein Paddel ins Wasser geworfen. Und dann mussten wir drehen, weil wir so schnell abgetrieben sind. Und dann haben wir den ganzen Tag aufgehalten. Das war richtig peinlich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach diese Agro-Phasen immer noch durch das Nichtrauchen. Und dann ging das aber irgendwann, als wir uns so eingegroovt hatten. Und dann haben wir auf der Rückfahrt den Kollegen Reiners mitgenommen, der auch extra zu meinem Geburtstag nach Leipzig gekommen ist, was ich ihm sehr hoch anrechne. Und das ging überhaupt nicht. Wir haben versucht, zu dritt zu paddeln. Wir haben, wir sind ständig... Ja, der hat halt keine Koordination. Nee, das lag nicht an ihm. Das lag einfach daran, dass ein Boot, was mit drei Leuten bemannt ist und befraut, dass das einfach sich komplett anders verhält. Alleine schon durch das Gewicht. Wir haben sozusagen zweimal links, zweimal rechts gepaddelt und waren sofort links im Schilf. Es war die Hölle. Und dann ist zum Glück irgendwann die Frau ausgestiegen. ging und gelaufen. Und dann waren Till und ich aber sowas von krass schnell. Dann waren wir an der Bootsrutsche, kurz vorm Kanal. Das war mega cool. Was man rutscht mit dem Boot durch eine Rutsche? Ja. Siehste, rutschen ist geil. Das war der absolute Hammer. Sage ich ja. Mega schnell. Rutschen ist cool. 10 kmh. Mir hat es fast die Schlüppis ausgetrunken. Ich hatte zwei Schlüppis an. Das mache ich beim Paddeln immer so. Jedenfalls, ich glaube, Paddeln wird jetzt mein neues Ding. Aha. Ja, behaupte ich jetzt mal. Genauso wie ich auch schon mal behauptet hatte, dass Standard Paddeln mein neues Ding wird. Oder Fahrrad fahren. Oder Fußball spielen. Oder Trimm-Dich-Fahrt. Ja, oder Rückentraining. Ich glaube ... Nein, Julius, ich bin total dafür. Ich habe die vierte Staffel Queer Eye geguckt. Ich denke nur noch ... Kannst du es bitte nochmal sagen? Queer Eye. Man muss einfach ganz doll lieb zu den Menschen sein, denn alle Menschen sind in sich total unsicher und zerstört. Und deswegen bin ich jetzt so, dass ich nur noch embrace, nur noch empower. Ich finde das gut, Julius. Mach das, ich unterstütze dich. Yes, Queen. Yes, Queen. Das ist ja der Wahnsinn. You go, girl. Was ist denn mit dir passiert? Das wird eine ganz komische Umstellung in meinem Leben. Das wird ganz, ganz seltsam. Also du hast sozusagen diese ... Das Lob der Woche gibt es jetzt als YouTube. Da sage ich nur von wegen, hey Leute, ihr die Hüte tragt, ihr seid cool. Ja, wenn ihr ... Denn ihr seid gegen die Sonne geschützt. Wenn ihr dazu noch adlig seid, umso besser, denn es passt zu eurem Status. Ganz genau. Ah, okay, verstehe. Und wenn der Hut nur zwei Euro kostet und aus Stroh ist, kein Problem, Geld gespart. So werde ich, weißt du? Mein Hut kostet aber nicht nur zwei Euro. Nein, das war ja auch nur ein Beispiel. Ich finde es trotzdem cool. Dann sage ich immer, yes, Queen. Okay, also du bist, du wirst jetzt plötzlich, du wirst jetzt plötzlich zum Lober. Ich würde so gern mal von Jonathan Van Ness mich frisieren lassen und mir von Tan meinen Style zeigen lassen. André, du kannst noch fünf Namen nennen. Und Culture mit Kuramo besprechen. Du kannst noch fünf Namen nennen, die ich nicht kenne. Das musst du gucken, das ist cool. Nein, das interessiert mich nicht. Yes, Queen. Es interessiert mich. You go, girl. I don't freaking care. Aber so werde ich jetzt. Ja, ja, und was noch dazu? Damoklisch? Nee, so ... Positive Attitude im Kuli Alma. Nee, wie heißt das? Kurayama. KaliYuga. Und was? Und sokratisch? Nee, wie verhältst du dich? Ich werde jetzt auch die sokratische Methode anwenden. Wahnsinn. Was alles in der Woche passieren kann. Das ist echt total spannend. Das ist wirklich total spannend, dieser, sag ich mal, Wandel deiner Persönlichkeit. Weil vorher war es ja immer, wenn ich irgendwie sowas gesagt habe, hast du eigentlich immer gesagt, pff, ich schaff's dir eh nicht. Da hast du recht, Julius. Das hast du sehr gut beobachtet. Oh, das ist ja ekelhaft. Das ist ja ganz furchtbar. Kannst du damit aufhören? Ja, Julius, ja klar höre ich damit auf, wenn du dir das wünschst. Ich will den nervigen Bulli, André, zurück. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Ich will den kleinen Assi zurück, der mich immer auslacht. Bitte. Das könnte ich für dich durchaus mal einrichten. Oh, das wäre wirklich nett. Das ist ja furchtbar. Was habe ich noch gemacht? Ich war in Dresden. Toll. Ich mag es ja, wenn ich beim Podcast aufnehme, wenn der Gegenüber sich immer mal selbst ohrfeigt. Findest du das auch gut? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache die schon bei Talk ohne Gast. Wenn mein Gegenüber sich selbst ohrfeigt? Ja, ja. Till Reiners hat das erfunden. Wirklich? Na klar, das mache ich doch jetzt nicht nach, wenn er es viel besser kann als ich. Ich glaube, Till, der war dann am Samstag noch bei mir. Ich glaube, der hat Themen von uns geklaut. Das Gute ist, die sind immer noch in der Sommerpause. Das heißt, die werden die erst 20 Wochen nach uns einfach wieder ... Ja, und auch nur vierwöchentlich. Das mit dem ins Gesicht schlagen, das hat der echt gemacht? Nein, ich hau mir doch nicht ins Gesicht, bin ich bescheuert. Das finde ich jetzt aber ein bisschen schade. Mach doch nicht jede Scheiße, die du dir vorschlägst. Das finde ich schade. Finde ich schade. Ich dachte, es hätte sich wirklich was bei dir geändert. Und wenn irgendwie gleich bei der kleinsten Schwierigkeit du wieder zurückrutschst und dein altes, bequemes Assi-Ich ... Finde ich schade, André. Ich bin verwirrt, wie soll ich mich verhalten? Du gibst mir keine eindeutigen Signale mehr, wie ich sein soll. Nee. Ich bin Mixed Messages Miraculics. M-M-M. Mach dich fertig. Oh Mann. Aber was habe ich noch erlebt? Ich habe ansonsten spektakuläre Dinge erlebt. Ich war in Yesterday. Ah ja. Das sollte ich dir doch erzählen. Ja, und lass mich kurz nur mal vorfühlen. Ich glaube ja ... Also, die Idee ist der Hammer, finde ich. Aber ich habe das Gefühl ... Ich bin letztens mit einer Dramaturgin über Trailer unterhalten. Und ich habe das Gefühl, dass es zu der Sorte Film gehört ... Das ist jetzt so André's Leben. Er unterhält sich mit Dramaturginnen über Trailer. Er unterhält sich mit anderen Autorinnen über die neuesten Artikel in der Zeit. Und lobe immer die ganze Zeit von Wink. Und er lobt die ganze Zeit. Das ist toll, wie du dich auskennst. Journalisten geben ihm Tipps, wie man am besten argumentieren kann. So gratisch handelt, ja. Ich glaube, dass es halt so ein Trailer ist, der schon viel zu viel vorweg nimmt. Dass ich quasi schon Akt 2 quasi schon kenne. Ende Akt 2. Ist es so? Also macht er einfach auch ein Konzert auf dem Dach? Ich brauche überhaupt nichts mehr darüber zu sagen, André. Du hast alles bereits gesagt. Ist es wirklich so? Du hast quasi in deinem Trailer unseres Gesprächs schon alles verraten. Nein, nein, sag mal wirklich. Ja? Aber ist er trotzdem cool? Es ist ... Also ich habe nach, glaube ich, 10, 15 Minuten das erste Mal geheult. Und dachte, oh nee, scheiße, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Aber ernsthaft geheult. Ernsthaft geheult, also einfach so aus Rührung. Ja. Aber das war das einzige Mal. Und das liegt nicht daran, dass der Film danach schlechter wurde. Aber er hat im Prinzip immer wieder dasselbe Schema bedient. Und alles, was man im Trailer sieht, ist schon ... Also im Prinzip verrät der Trailer den Film. Schade. Und die ... Also es gibt eine unvorhergesehene Sache, die ist gut. Und zwar, weil da wird gut mit den Gefühlen gespielt, die man so hart wäre. Also die ich so hatte, ich kann ja nur von mir sprechen. Aber ansonsten ist es ein netter Film. Reicht bei weitem nicht an die anderen Filme heran, die Danny Boyle zum Beispiel gemacht hat. Also es ist halt nicht Trainspotting. Er hat viel ... Ach, das ist der? Das ist der Trainspotting-Regisseur. Aha. Gut, jetzt kannst du die beiden auch nicht vergleichen. Das eine ist ein Film über ... Das wäre geil, wenn der irgendwann Heroin genommen hätte. Heroin-Junkies und das andere ist ein Film. Also die Idee ist tatsächlich das Geilste daran. Ja, die Idee ist der Oberhammer. Ja. Also da habe ich echt gedacht, meine Fresse. Ich will nicht noch mehr spoilern. Also ich finde, man kann ihn sich angucken. Aber im Gegensatz zum Beispiel ... Ich glaube, das hat die Frau, mit der ich zusammenwohne, ich habe es nicht verifiziert. Aber die hat gesagt, Danny Boyle ist der Regisseur, das ist klar. Das habe ich auch gesehen. Und geschrieben wurde das Ding von dem, der auch Love Actually geschrieben hat. Und Love Actually habe ich in meinem Leben in etwa, weiß ich nicht, jede Weihnachten geguckt und dann noch immer einmal im Jahr mindestens. Also habe ich, glaube ich, schon 15 Mal gesehen, weil es einfach ein sehr guter Film ist, der sehr gut geschrieben ist, sehr komische Dialoge hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, Yesterday ist so ein Einmal-Guck-Film. Und der ist nett, aber that's it. Mhm. Leider. Ja, leider. Die weibliche Hauptdarstellerin ist super. Das ist die von dem Zeitreisefilm, oder? Lily Adams. Die von dem Zeitreisefilm? Mag sein. Von About Time kann sein, ja. Ja, oder? Kann sein, weiß ich jetzt. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, die von dem Zeitreisefilm ist Rachel McAdams. Oh Gott. Ich bin mit Namen super schlecht. Ich weiß meistens nicht manchmal, wie du heißt. You are yours. Miraki, Ulex. Ich bin you are yours. Ansonsten, nee, Lily James heißt die, nicht Lady Adams. Lily James und die andere ist Rachel McAdams, glaube ich. Lily James hat mitgespielt bei Cinderella, Stolz und Vorurteil, Baby Driver, aber ich glaube nicht bei About Time. But I have to look about what? Yeah, it's about time. Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer. Liebe Zuhörerinnen. Könntest du mal aufhören, mich so zuzurühren? Ihr dürft uns immer schreiben, wenn ihr nicht Röhrschreibe macht. Schreibt uns an post.teamtotalezerredung.de. Das ist total lustig. Mir hat letztens jemand erzählt, dass uns Tätowierer beim Tätowieren hören. Das ist quasi so ein ganz neuer Markt, dass Leute andere Menschen tätowieren und nebenbei sie zwingen, uns zu hören. Also insofern herzliche Grüße an alle, die jetzt gerade unendliche Schmerzen erleiden, weil sie sich ein Penny-Logo auf die Stirn tätowieren lassen. Weil sie damit Geld verdienen müssen. Und Taxifahrer, hast du ja auch schon gesagt, der Berliner Taxifahrer macht ja massiv für uns Werbung. Aber auch in Leipzig gibt es Taxifahrer, die uns hören. Habe ich jetzt gehört. Letztens wurde mir ein Bild geschickt von Zahridis aus Leipzig, Berlin und Wien, die sich beim Konzert getroffen haben. Auch sehr geil. Bei was für einem Konzert? Weiß ich nicht. Scheiße. Sah ein bisschen, ich möchte fast sagen, rockig aus. Die hatten alle schwarz an. Ach ja, haben wir Rockfans unter unseren Zuhörerinnen und Röhrern? Ich glaube schon. Und es gibt jetzt einen Discord-Server, der heißt Zaredistan und da gibt es alles Mögliche. Da kann man sich unterhalten, planen, was weiß ich, alles was man auf Discord-Servern so macht. Ich bin da auch, ich bin sogar mit Chef, aber initiiert wurde das von Robert aus Südtirol, ein echter Italiener, der sich eigentlich bei uns beschweren wollte, dass wir die Südtiroler nie erwähnen. Wobei ich dann erstmal Maß regeln musste, dass wir in Folge, weiß ich, 24 oder 23 genau mal darüber geredet haben. Dass das André in Südtirol aufgetreten ist mit Freiwild als Vorband. Eben. Und der hat sich jetzt einen Finger abgesägt fast, der eine, der Sänger, habe ich gelesen. Tut mir leid. Weil er irgendwie irgendeine Maschine, eine Hobelmaschine reparieren wollte. Ich habe trotzdem diese Discord nicht verstanden. Ja, das haben wir nämlich, wollte ich sagen, das haben wir mal benutzen wollen, um aufzunehmen. Hat aber nicht geklappt, lag aber, glaube ich, eher an dem iPad. Na, du hast mich ja eingeladen. Ja. Jetzt, ähm, und ich habe das jetzt auf meinem Handy, also bei mir sieht das jetzt so aus. Kann man nichts machen. Ach so, ja, du kannst, glaube ich, noch nichts sehen, weil dir keine Rolle zugewiesen wurde. Das, äh, mache ich mal. Ach so, und dann, da gibst du mir jetzt hier drin die Rolle, äh, Chef. Nee, ich dachte, ich dachte, äh, Droide. Jaja, das ist Chef. Ach so, okay. Der Droide hat ja auch quasi immer viel zu sagen. Mhm. Und ich packe den Link in die Shownotes bei YouTube und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich weiß es auch nicht so richtig. Wie, und dann werde ich aber, dann werde ich dann ständig angerufen? Nein, gar nicht. Kann man das machen? Ähm, du kannst, das kannst du machen, aber man kann es natürlich auch ausstellen. Dass das passiert. Kannst du mir zeigen, wie ich das ausstelle? Ja. Ich habe nämlich jetzt schon Schiss, dass du mich ständig anrufst. Quatsch. Ähm, und natürlich vergessen sein soll auch nicht, äh, die Zerpedia, unsere Wikipedia. Die ist auch geil. Auf jeden Fall. Und, ähm, ansonsten geschrieben hat uns zum Beispiel Ina aus Leipzig, wo es nochmal um den Zettel am Auto ging. Das hatten wir ja schon letzte Woche erklärt, dass das so ein Netz, ein Network-Marketing-Ding ist. Aber sie hat geschrieben, ähm, heute habe ich die letzte Folge gehört und habe gute Nachrichten für dich, André. Du wirst nicht von einem gruseligen Opa verfolgt. Auch ich habe einen Zettel von Thomas Engert gefunden. Beweis, Foto im Anhang, Tatzeitpunkt, Tatort, bla bla bla. Nach genauer Recherche konnte ich allerdings feststellen, dass an so ziemlich jedem Auto im Abschnitt dieser Straße ein identischer Zettel klebte. Augenscheinlich sogar von Hand beschrieben. Da ich, wie jeder vernünftige Mensch, natürlich nicht telefoniere, habe ich die Nummer ursprünglich ignoriert, aber motiviert durch die aktuelle TDZ-Folge war ich bereit, das ultimative Opfer zu bringen und habe mit unterdrückter Nummer dort angerufen. Mein erster Versuch wurde nach dem zweiten Klingeln einfach weggedrückt, aber beim zweiten Versuch einige Sekunden später ging ein Mann mit einem Hallo ans Telefon. Obwohl ich mir schon eine plausibel klingende Tarn-Identität ausgedacht hatte, Katja B., Ende 20, Studienabbrecherin, alleinerziehend, verließ mich dann doch der Mut und ich legte auf. Leider bin ich doch nicht für die Investigativrecherche gemacht, vielleicht waren ja andere Zeredis erfolgreicher. Finde ich sehr, sehr gut, Ina, dass du das probiert hast. Die Tarn-Identität finde ich auch gut. Katja B. Wollen wir einfach immer, ich glaube, das machen wir jetzt einfach immer, wir sollten Katja B. zu so einer Art Synonym für Investigativrecherchen. Aber das ist halt auch fies, wenn du anrufst und sagst, hallo, mein Name ist Katja B. Ja gut, aber das kann ja sein. Kann sein. Also da sollen sich die Leute mal ein bisschen öffnen. Warum kann Katja B. nicht auch eine Tenorstimme haben? Absolut. Warte, ich kann es mal probieren. Hallo, hier ist Katja B. Na, es schwingt zu viel Tarn drin mit, glaube ich. Hallo, hier ist Katja B. Da. Ist das schon ein bisschen besser? Ich glaube schon, ja, das könnte klappen. Okay, dann werde ich das mal probieren. Super. Ähm, Philipp hört gerade alle Folgen da durch und war gerade bei Folge 4. Also, Philipp, bitte dich. Zieh mal ein bisschen an, Philipp. Eben. Ich habe, und da ging es, glaube ich, darum, ob Ärzte alles ausprobieren an sich selbst. Und er hat geschrieben, ich habe eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger abgeschlossen. In meiner Ausbildungsklasse war ein Kollege, der an sich selbst das Tragen von Windeln für Erwachsene getestet hat. Ob er diese auch genutzt hat, blieb sein Geheimnis. Ich gehe davon aus. Er hat sich auch mal eine Magensonde von uns legen lassen. Ein Einlauf ging dann doch zu weit. Das Ganze ist schon über zehn Jahre her, aber durch die Folge musste ich schmunzelnd daran denken. Somit testen nicht nur Ärzte alles an sich aus. Wobei das auch sehr bedenklich wäre. Ich habe, ach, jetzt muss ich dir was erzählen. Ich habe Sophia, die bei uns angerufen hatte, als wir den Livestream gemacht haben, endlich ihre verdiente Max-von-Wegen-Platte und die CD vorbeigebracht. Das T-Shirt habe ich natürlich vergessen und dann nochmal per Post geschickt. Aber sie hat uns total geilen Scheiß aus dem Urlaub mitgebracht. Nämlich? In denen sie natürlich nicht geflogen ist, sondern mit dem Fahrrad gefahren ist. Hier, ich reiche das rüber. Sie war in den Niederlanden und das hat sie uns gebracht. Nee. Das eine sind Fruchtsträusel, die man sich aufs Brot macht. Und das andere sind, glaube ich, Spekulatius-Krümel, die man sich auch aufs Brot macht. Das sind die Spekulatius-Krümel. Die sind in so einer Milchpackung. Die sind in einer Milchpackung. Das ist total krass. Finde ich aber ehrlich gesagt auch besser als im Plastik. Und diese anderen Krümel mit Fruchtgeschmack. André, kannst du die bitte auch mal schütteln und dann merken, dass Spekulatius-Geruch austritt? Wirklich? Ich rieche nichts. Oh, hier oben. Wow. Krass. Ah, das macht man auch ins Frühstücksfleisch, äh, Milch. Oh Gott. Frühstücksfleisch. Die machst du schön in dein Frühstücksfleisch. In die Milch. Drückst du diese Spekulatius-Stücken rein. In die Milch einfach rein. Das ist Müsli. Und diese Fruchtteile, das sind 100% natürliche Geschmacksstoffe. Es sind von, in 100 Gramm sind nur 94 Gramm Zucker drin. Siehste? Das ist doch genau das Richtige für mich. Es ist auch, äh, Sophia wäre natürlich auch keine Zaredi, wenn sie nicht auch noch ein bisschen Demütigung dabei hätte und dir noch ein Puzzle reingelegt hat, was du schaffen kannst. Nämlich, äh, so ein Lego-Puzzle mit vier Teilen, glaube ich. Es sind, glaube ich, insgesamt acht Teile, aber es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, siehste. Ähm. Smilla. Super cool, danke, Sophia. Ich find's, äh, sehr nett. Das ist wirklich nett. Ich hab nichts aus dem Urlaub mitgebracht für dich, Sophia, aber da gab's auch nichts, wo ich war. Smarilia, aka Smilla, wie sie jetzt geschrieben hat, hat uns ja letzte Woche geschrieben, dass es sein könnte, dass wir mit 13 unseren jüngsten Fan haben. Und das ist falsch. Äh, hat sich jetzt geklärt. Es gab einen Riesenauflauf. Ähm, unser jüngster Fan ist jetzt offiziell Moritz. Moritz hat geschrieben, hallo Julius, hallo André. Tatsächlich bin ich mit zwölf Jahren euer jüngster Hörer. Dazu kommt noch, dass ich wahrscheinlich auch der einzige Hörer aus dem Saarland bin. Was mein Harry-Potter-Haus betrifft, bin ich eine Mischung aus Ravenclaw und Gryffindor, obwohl mein Lieblingscharakter Snape ist. Also, ich find's auch schön, dass die Leute sich gleich mit Hauszugehörigkeit vorstellen. Find ich auch gut, dann kann man die einfach direkt einsortieren. Genau. Und, äh, ich hab nämlich auch diesen Link, äh, in der Folge 43 in die Shownotes gepackt. Also, bitte, äh, bevor ihr uns schreibt, immer den Haustest machen und schreiben, zu welchem Haus ihr gehört. Aber wenn Moritz aus dem Saarland kommt, ist er nicht einfach schon sehr, sehr lange einfach zwölf? Verstehst du, was ich meine? Nee. Also, er ist einfach jetzt schon seit fünf Jahren zwölf. Ach so. Hab ich jetzt einfach sinnlos Moritz beleidigt, weil du machst es ja nicht mehr. Du bist ja jetzt plötzlich nett geworden. Ich mag Moritz. Ja, natürlich magst du Moritz. Und, 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 Miller hat uns nämlich danach auch nochmal geschrieben. Sorry, Moritz, übrigens. Es tut mir leid, äh, ich, äh, entschuldige. Ey, du beleidigst Zwölfjährige, Alter. Ja, ja, aber er wird's schon, ich meine, wenn er uns hört und zwölf ist, dann würde er das schon, äh, aushalten können. Stimmt, wahrscheinlich ist voll der fiese Zwölfjährige. Ja, wahrscheinlich ist er, das ist auch so ein Bulli, das ist so ein André Herrmann-Zwölfjähriger, der auch Kinder auslacht, die irgendwie beim, beim Rollerblades fahren, mega auf die Fresse fliegen und sowas. Ja, es ist auch lustig. Du bist mir jetzt schon sehr sympathisch. Es ist ja auch lustig. Ja. Ähm, Smilla hat uns nämlich auch noch geschrieben und gemeint, dass sie natürlich alles, äh, auf Chinesisch macht, weil ich ja fragte, dass sie, wenn sie Alibaba benutzt, ist, ob sie, äh, nicht auch Chinesisch spricht und sie meinte so, ja klar, äh, sie benutzt alle technischen Möglichkeiten der Chinesen. Eigentlich unterhalte ich mich mit meinen Freunden auch nur noch auf Chinesisch. Deutsch spricht die junge Generation nur noch, um mit alten Menschen zu kommunizieren. Aber wir, die junge Generation setzen alles daran, Chinesisch zur deutschen Amtssprache zu machen und wollen auch bald Volkshochschulkurse für die älteren Menschen im Fach Chinesisch veranstalten. Das ist doch nett. Ähm, ich, ich möchte allerdings, also ich meine, die können uns ja viel erzählen, ne? Moritz könnte einfach auch eine... Nein, nein, sie hat auch nie H.O. geschrieben am Anfang. Nein, nein, aber Moritz könnte auch eine superweirde... So ein Truckfahrer sein. Eine superweirde 47-jährige Mutti sein. Ich wünsche mir, nein, stimmt nicht, ich befehle. Personalausweis. Ich befehle, die haben sie ja noch nicht. Kinderausweis. Ja, aber ist es weird, wenn wir jetzt anfangen, uns von Minderjährigen Sachen schicken zu lassen, ist da nicht irgendwie der, also ich frage noch... Was, E-Mails meinst du? Ja, 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 nicht E-Mails, sondern E-Mails mit Bildern. Ist der Step... Ich möchte keine Bilder von Zwölfjährigen. Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Ist der Step, dass die dann irgendwie anfangen, uns Nacktbilder zu schicken, ist der nicht einfach sehr, sehr schnell gemacht? Bitte nicht. Okay. Ich habe sowas noch nie bekommen, ich möchte das auch nicht bekommen, auch und schon gar nicht von Zwölfjährigen. Ich will, ich mache mich darüber nicht lustig. Nee. Ich meine nur... Gottes Willen. Man sollte das, man sollte das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Deswegen, ich nehme das wieder zurück. Ich möchte keinen Kinderausweis von euch sehen. Nichts. Wir glauben das einfach. Wir glauben das einfach. Das stimmt. Auf jeden Fall hat er auch geschrieben von Mengen, ich bin der Meinung, dass Ich bin so wütend wirklich die perfekte TDZ-Hymne wäre. Der Song enthält eine gewisse TDZ-Bindung. Also das hier von dem Österreicher, André Herrmann. In der ersten Strophe geht es um Legosteine, in der zweiten um ein Puzzle, ungefähr wie in der ersten und zweiten Staffel von TDZ. Er heißt Ich bin so wütend. Das beschreibt sehr gut die Durchschnittsstimmung des Podcasts, wo ich auch da so, ah ja, aber das ist so die Durchschnittsstimmung. Und drittens, er ist von André Herrmann. Also ja. Ja. Ich muss mir das nochmal anhören. Ich fand ja eigentlich, mein Hit war ja, I, du stinkst aus dem Mund. Von wem ist der? Auch von André Herrmann. Hast du das noch nicht angehört? Nein. Die Songs von André Herrmann? Nein. Der hat sogar mein Profilbild bei YouTube. Das ist ja der Wahnsinn. Das macht YouTube aber automatisch. Das war nicht, er hat das, er versucht nicht mich zu impersonaten, sondern das ist einfach YouTube. Crazy. Okay. Es ist, es ist wirklich crazy. Und die Lieder sind so, naja, also ich würde sie jetzt nicht vergleichen wollen mit, was weiß ich, Bach. Also der Popstar Bach. Ja. Sebastian Bach. Sebastian Bach. Genau, der von Gilmore Girls. Ja. Übrigens. Auffällig wenige Slytherins in unserer Hörerschaft bisher. Das ist mir aber klar, Slytherins sind einfach zu böse, um unseren niedlichen kleinen Podcast zu hören. Ich gebe das ja zu, es gibt Leute, die auf dem falschen Pfad wandern. Du bist offensichtlich überhaupt nicht mehr böse. Du bist jetzt ja ... Weil ich ja auch, ich möchte das Image von Slytherin ja auch verbessern. Ich bin, ich schließe Freundschaft mit Harry Potter und den Gryffindors. Es ist jetzt kein, kein Duell mehr, was wir beim Quidditch spielen, sondern ein Koop. Kannst du es bitte nochmal sagen? Quidditch? Quidditch? Was denn? Quidditch? Du bist einfach niedlich, André. Quidditch. Ja, ja, ist alles gut. Quidditch. 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 Ich bin nicht wie unser einer Kollege, der wirklich das Q-U nicht aussprechen kann, der sagt quasi. Ja, der macht das, das ist ein richtiger Quatsch. Ja, der sagt wirklich, er sagt wirklich Quatsch. Ja, aber du sprichst ... Ich sag Quatsch, das ist Quatsch. Und ich sag, ich sag, das ... Aber du sprichst halt Quidditch einfach super niedlich aus. Das ist halt einfach so als ... Quidditch. Nee, also in meiner, in meiner Fantasie hast du gerade ... Sagst du Quidditch? Ich sag Quidditch. In meiner Fantasie hast du einfach gerade so ein ganz großes Glas Milch getrunken, hast noch so einen kleinen Milchbaden ... Du weißt nichts, was ich hier vor mir stehen hab. Und jetzt will ich Quidditch spielen. Ja. Ja. Was wär ich denn für eine Position? Was wärst du für eine Position? Wärst du so ein Klatscher? Haben wir das nicht schon besprochen? Weiß ich nicht. Nee, haben wir, glaube ich nicht. Das ist doch eine der Fragen im ... Stimmt, was hast du angegeben? Ich habe angegeben ... Also, ich bin nicht Sucher. Ich bin ... Ja, und das ist ja nur die relevante Frage, um Slytherin oder Gryffindor zu sein. Ich bin ... Ich bin ... Ich bin entweder Klatscher oder Jäger. Ich bin nicht Hüter. Ich bin nicht Klatscher, Treiber heißen die. Ich will schon den Fame. Ja. Also, muss ich schon Sucher sein. Der Punkt ist, ich habe es versucht, dann auf Fußball zu übertragen. Und da bin ich ... Da möchte ich schon auch den Fame des Toreschießens eigentlich. Bin aber dafür ... Ich bin offensives Mittelfeld. Ich bin dafür halt zu dick. Und jetzt ist mein Knie sowieso kaputt. Und deswegen spiele ich ja sehr häufig in der Abwehr. Und zeichne mich dort aus durch kluges Stellungsspiel und Pässe in die Tiefe. Wobei ... Also, wäre ich wahrscheinlich am ehesten Treiber. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Und beim Fußball wärst du dann quasi defensives Mittelfeld. Ja, defensives Mittelfeld, linke Innenverteidigung. Und ich muss mich auch revidieren. Ich wäre, glaube ich, linksaußen. Also, linker Flügelspieler. War ich beim Basketball nämlich auch. Also, als meine große Karriere damals war. Na klar. Als du diese drei Freiwürfe nicht getroffen hast. Äh, äh, äh. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ja, doch. Ich glaube, ich habe sieben von zehn gehabt. Ach so, sieben von zehn. Dritter Platz in Sachsen-Anhalt, Leute. Nehmt das. Das ist der Wahnsinn. So, André, haben wir noch was zu erzählen? Wollen wir eigentlich die Leute mal darauf hinweisen, die aus Dresden kommen, dass wir, äh, wir, dass wir, dass wir am zweiten achten zusammen mit, äh, so einem, ähm, so einem Nachwuchs, äh, Autoren. Ja, der hat so ein Buch über einen Känguru geschrieben. Wir wollen ihm eine Bühne bieten. Wir wollen ihm eine Bühne bieten. Und deswegen gehen wir mit ihm zusammen auf eine solche. Und zwar in der Jungen Garde am 2.8. in Dresden ist es eine Benefiz-Veranstaltung für unseren Verlag, dem im Zuge eines, der Insolvenz eines Großhändlers oder Zwischenhändlers irgendwie das gesamte Weihnachtsgeschäft flöten gegangen ist. Und tatsächlich irgendwie sowas wie, wie viel war das, 50.000 Euro oder sowas, einfach weg. Die, äh, hat unser Verlag verloren. Und wir machen quasi eine Benefiz-Lesung. Und der Nachwuchsautor darf dann auch mal was probieren. Genau, also, nicht so viel, bitte. Also, kommt da gerne vorbei, äh, das wird super. Gerne, genau. Und es gibt, äh, glaube ich, noch ein paar Tickets, ähm, die findet ihr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie viele jetzt gerade weg sind, aber ich glaube, sowas wie ein Dreiviertel oder so. Ja, eben, ich würde wirklich jetzt, ich wollte das nicht übertreiben, äh, lasst euch wirklich nicht zu viel Zeit. Ähm, 2.8. Junge Garde in Dresden. Und für alle, und für alle, die, aber das kann ich nächste Woche auch nochmal ansagen, für alle, die in Leipzig am Start sind. Ich bin ab dem 3.8. insgesamt dreimal auf dem Leipziger Marktplatz zur Leipziger Marktmusik und mach da Musik. Ah, Julius, es wollte jemand wissen, ähm, wo du jetzt bei dem Festival auftrittst. Beim, beim, beim Slamville? Ja. In Hamburg. Äh, weißt du, Datum? 27. Am Samstag, am 27. Diesen Samstag quasi. Am 27.7. äh, spiele ich eine halbe Stunde Musik, äh, und zwar um 19.30 Uhr oder sowas, im Tentakel, im Zelt, auf dem Slamville Festival in Hamburg. Und hoffentlich nur Jingles. Ich spiele nur Jingles. Das ist cool. Ja. Ja, dann, äh, liebe, liebe Leute, ähm, abonniert uns bei Spotify, gebt uns ganz viele Sterne bei iTunes, uns gibt es jetzt auch bei Deezer, äh, ich weiß nicht, was da ist, aber, ähm, gibt es, gibt es, ja, jetzt wollten sie uns plötzlich. Ach, guck. Und, ähm, ja, ansonsten. Wählt keine Nazis, unterhaltet euch nicht mit Nazis, außer ihr nutzt die sokratische Art. Genau. Genau. Aber trotzdem wählen nicht, auch keine Rechtspopulisten, keine, keine Rechten, keine Neurechten, das ist alles, das ist alles Quatsch. Quatsch. Das ist alles, ihr könnt versuchen, sie im Quidditch zu schlagen. Die sind qualitativ, äh, unterlegen. Also macht keinen Quatsch und wählt keinen Wechtsradikalen. Ja. Ansonsten wünschen wir euch einen spiegelweißen Tag und hören uns nächste Woche wieder. Yay. Gibt's noch Schingel? Oh. 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 And. Oh. Oh. Vielen Dank.